In diesem Video zeige ich euch einfach mal die Verzauberung-Effizienz 1.000 oder so mehr, oder 3.000, egal. Wir fackeln erstmal nicht lang. Ich gebe GIF. Erstmal, weil ich die Cheat sich angestellt hier. So kann ich sie jetzt einstellen. Ich gebe GIF. Mein Name, Minecraft. Diamant-Pick-Achse. Da habe ich es direkt. Diamant-Spitz-Hacke. Und 1.0. Dann so eine eckige, oder so eine gewundete Klammer auf. Mach mit Altgroß und 7. E-N-C-H. Eng. Also ein Enchant-Doppelpunkt. Jetzt Altgroß und 8. Mach diese Klammer. Und Altgroß und 7 nochmal die. ID. Doppelpunkt 32, LVL. Doppelpunkt 1000. Den Schwung dazu. Altgroß und 0, Altgroß und 9, Altgroß und 0. Aber wenn die Dian-Spitz hat, wenn die effizient Enchantment Level 1 tausend hat, kann ich was weggraben. Das gibt es so schnell. Wenn die alles so schnell weggraben. Boah, Diamanten hier. Richtig viel Diamant. Das sind die ganzen Erfahrungspunkte hier. 20 Level habe ich jetzt genau. Noch ein bisschen mehr. Boah, ich habe schon über 1 Stack Diamanten. Da könnte man erstmal ein Weichen leben. Fast schon 2 Stacks. Das funktioniert eigentlich nicht bei Erde. Erde braucht sich nochmal ein Klick und wenn man sich runtergräbt, dann kommt sowas. Zack und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gibt es mir Daumen nach oben. Zeigt das Video und abonniert mich mit weiteren solcher Videos. ... ... ... ... ... ... ...